Was ich sehr spannend finde, Sie leiten ein Familienunternehmen. Ich muss es jetzt sagen, ich weiß nur persönliche Erfahrungen, ein Familienunternehmen ist nicht immer ganz so einfach. Da gibt es, also wenn mein Vater, mein Großvater an einem Tisch sitzt, dann kommt dabei nicht mehr Gutes heraus. Wie schaffen Sie das so gut, ein Familienunternehmen zu leiten? Ja, es funktioniert deswegen, weil wir wissen, wer von uns welche Stärken hat. Und wenn wir wissen, was der andere besser kann und was man selber besser kann und diese Stärken nutzen, das ist ein Weg zum Erfolg. Und ich möchte eigentlich auch auf diesem Wege gleich meinem Vater danken, der uns vor über sieben Jahren ein sehr, sehr solides Unternehmen übergeben hat, dass ich gemeinsam mit meinem Mann Günther und meinem Bruder Andreas, wir sind also ein kleines, sehr feines Team, weiterführe. Wir sind jetzt in zweiter Generation am Ruder. Wir sitzen sehr fest im Boot. Das Boot wackelt nicht. Und ich bin mir sicher, wenn wir unsere Stärken weiterhin so nutzen, dass wir unsere Geschäfte auch hoffentlich weiterhin so erfolgreich weiterführen. Und es ist vorhin die Flexibilität genannt worden. Ich glaube, dass wir flexibel sind, dass wir kundenorientiert sind. Und so können auch wir Kleinunternehmer uns, glaube ich, sehr gut auf dem Markt behaupten. Und wir leisten, denke ich, der CESAR ist zwar ein Preis für das Jahr 2014, aber die DEWA existiert seit über 40 Jahren. Und ich denke, dass wir in diesen Jahren einen sehr positiven Beitrag zur Immobilienwirtschaft geleistet haben. Das denke ich auch. Vielen Dank. Gratulation. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.